Was sind die verschiedenen Myopi-Hörsachen? Myopi, auch Kurzsichtigkeit genannt, tritt auf, wenn eine Person aufgrund eines längeren Augapfels oder einer stärker gekrümmten Hornhaut Schwierigkeiten hat, Objekte aus der Ferne zu sehen. Es gibt mehrere Ursachen für Kurzsichtigkeit, die häufigsten sind Vererbung und Umweltfaktoren. Seltenere Ursachen für Myopi sind andere Augenerkrankungen wie Keratokonus oder Grauer starr, plötzliche Entwicklung von Kurzsichtigkeit aufgrund anderer Krankheiten wie Diabetes oder anhaltendes Wachstum des Augenrückens im Erwachsenenalter, sogenannte pathologische Myopi. Myopi ist das Ergebnis von Licht und Bildern, die beim Eintritt in das Auge nicht richtig fokussiert werden. Statt sich auf die Netzhaut zu konzentrieren, wo sie hingehören, konzentrieren sie sich davor. Dies kann dadurch verursacht werden, dass die Hornhautform oder die Linse vor dem Auge zu stark gebogen ist und das Licht auf den falschen Punkt gerichtet wird. Dies kann auch passieren, wenn die Form des Augapfels einer Person länger als normal ist und die Netzhaut weiter hinten liegt, als sie sein sollte. In beiden Fällen wird das Licht vor und nicht auf die Netzhaut fokussiert, was zu unscharfen Bildern führt. Die häufigste Ursache für Myopi ist die Vererbung. Kurzsichtigkeit wird am häufigsten in der Kindheit im Schulalter diagnostiziert. Kinder von Eltern mit Kurzsichtigkeit, und insbesondere von Eltern mit Kurzsichtigkeit, haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, an Kurzsichtigkeit zu erkranken. Der Anteil von kurzsichtigen Kindern ohne familiäre Vorgeschichte ist äußerst gering. Eine andere Ursache für Myopi in Verbindung mit Vererbung sind Umweltfaktoren, die sich auf die Art und Weise auswirken, wie die Augen häufig verwendet werden. Es gibt eine ganze Reihe von Belegen dafür, dass Menschen, die viel Zeit mit Aktivitäten verbringen, bei denen sich die Augen auf nahe Objekte konzentrieren müssen, wie ZB-Lesen oder Computernutzung, mit größerer Wahrscheinlichkeit Myopi entwickeln. Es wird vermutet, dass lange Zeiträume, in denen Nahaufnahmen fokussiert werden, subtile Veränderungen in der Form des Augapfels verursachen können, die im Laufe der Zeit dauerhaft werden. Dies könnte die Tatsache erklären, dass Myopi am häufigsten auftritt, wenn ein Kind mit der formalen Bildung beginnt und diese Aktivitäten häufiger auftreten. Die anderen Myopi-Hörsachen sind weitaus seltener. Eine davon wird als pathologische Myopi bezeichnet. Dies bedeutet, dass sich der Rücken des Augapfels nach Erreichen einer normalen Erwachsenengröße verlängert, was zu schnellen, sich zunehmend verschlechternden Veränderungen des Sehvermögens führt, die schließlich zur Erblindung führen können. Eine andere Ursache für Myopi ist, wenn diese Störungen durch eine andere Erkrankung verursacht werden, ZB durch unkontrollierten Diabetes oder bestimmte Störungen des Nervensystems. Dies wird als Psydomyopi bezeichnet und verbessert sich häufig, sobald der Zustand, der sie verursacht, behandelt wird. Sekundäre Myopi ist, wenn Myopi aus anderen Bedingungen resultiert, die die Augen betreffen. Es kann durch andere Augenerkrankungen wie grauer Starr oder eine als Keratokonus bezeichnete Erkrankung verursacht werden, bei der sich die Form der Hornhaut allmählich ändert. Es kann auch als Folge einer vorzeitigen Geburt verursacht werden. Je nach Ursache kann sich die sekundäre Myopi bessern oder dauerhaft bestehend bleiben. Sollte Myopi